Herzlich Willkommen zum neuen Part von Lesbos Super Mario Party. Wir sind immer noch richtig am sollten. Stimmt's Robin? Ja. Alles ist voll salty. Es war ein rotes bisschen noch bevor. Und was machst du denn da? Ja nix. Der ist ja die meisten Münzen und die meisten Sterne. Ich mach einfach überhaupt nicht so, hier kommt nicht weiter. So geht das, Alter. Hä, mein Gott. Mach das nicht, Samu, ne? Ja, ich weiß. Ist ja so. Mach doch einfach. Das ist ja der Witz. Nein, warum? Boah, Samu. Deine schwule Lacher, ey. Was habt ihr eigentlich mit eurem Schwulen? Robin, ich warte aber, bis du nach Hause musst. Ja, bist du noch falsch. Mach doch einfach. Das nennt... Kannst du bitte mal machen? Ja, ist mir scheißegal, mach einfach, mach einfach, bitte. Ja, mach. Ich krieg so oder so den Stern, ist mir scheißegal, mach bitte, danke. Hier, Soß. Ich krieg so oder so den Stern. Ich denke, sag's mal. Ist mir... Ist mir egal, ich krieg so oder... Lach, Alter. Jetzt würfel, bitte. Ist so saucig. Man versteht es immer noch nüs. Ich weiß es. Ich sag's nur. Es tut meine Qualität fastless. Du hast keine Qualität, weil du es noch nicht bemerkt hast. Es hat besser als Mikro als du im Labalift. Ja, aber... Aber es... Welchen Weg geh ich... Mach doch bitte! Ja, teleportier dich zu mir. Ja, teleportier dich zu mir. Ja, mach. Ich hab... 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 Ja, nein. Ich hab... Wir gefressen den Stern, Alter. Hätte ich ihn bekommen. Ey, Junge... Hast du es schon vergessen, dass ihr die Röhre hat oder was? Nein, ich hätt ihn bekommen. Ich hätt ihn bekommen. In der letzten Runde pack ich die Rohre aus und pack mir einen Stern. Hey, das bringt dir doch gar nix. Wieso? Wieso? Ist egal, weil Daisy sowieso gewinnt, weil wir alle gegen uns selber spielen und nicht gegen Daisy. Daisy hätte... Er hätte... Er hätte... Er hätte... Wir hätten Daisy beide Sterne klauen können. Was machen wir? Wir klauen uns selber die Sterne. Das sagst du, Robin. Ich sage, wir klauen die Sterne. Du hast mir beide Sterne geklaut. Ich habe eine gute Taktik, die ich machen werde. Weißt du, du hast mir zwei Sterne geklaut. Du hast mir nur acht Mützen geklaut. Ich habe dir eine Sterne geklaut. Genau. Er hat dir einen noch geklaut. Genau, jetzt aufs Damage schieben. Hey, er hat es doch gemacht. Du hast mich auf den Knopf gedrückt. Wir hätten wir erst bei Samuel. Er ist da ganz rechts. Ja, komm. Ja, ich bin am weitesten weg. Ja, du bist so sick. Ja, ich werde mich da 10 teleportieren mit meiner Gorbe. Genau, oder? Ja, wer ist wohl hierher schafft? Der teleportiert damit! Versus. Oh, 1 versus 3. Der ist gegen uns. Ach nee. Nein, 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 nein. Was? Was ist das? Wer drückt die ganze Zeit A? Du kannst es aber nicht bestimmen. Du kannst es aber nicht bestimmen. Sieben wird es von alle einsammeln. Da habe ich nicht genügend von meinem Stern. Ach du Scheiße. Was wir machen? Weiß ich nicht! Hä, wie denn? Ah, ich weiß wie. Darf er platzen? Nein, nein, nein. Darf er platzen? Was ist das für eine Frage? Bist du irgendwie blöd? Junge, ich drücke die ganze Zeit weiter. Aber dann reagiert die einfach nicht. Du hättest gedrückt halten müssen. Ja, über die Kontrolle ist ausgegangen. Deshalb. Deshalb konnte ich zum Schluss nicht mehr... Ungünstiger Moment. Ungünstig! Yes! Das wird zwischen uns alle aufgeteilt. Du riefst nur zwei. Ey, wieso bekomme ich nur so wenig Münzen hier? Hä, weil du... Hä? Weil wir beide erster waren. Das betrug, weil der Zollkorn ausgegangen ist. Aus neun Münzen? Das heißt, du kannst doch nicht deine Goldröhre einsetzen. Ich mach's in der letzten Runde, Goldröhre. Ganz einfach. Das ist die letzte Runde. Nein! Runde neun von zehn. B! Ich will wurfeln. Jetzt tut mich hier. Ich hör doch gar nicht. Also... Was macht ihr? Hä? Hä? Mach doch! Wenn du den Block eingesetzt hättest, dass du einen Stern kriegen könntest... Ja, aber er... Du raufst es einfach nicht. Ja, ich mach den... Du kannst... Junge, das kannst du schon die ganze Runde machen. In der letzten Runde kannst du nur ein Item einsetzen. Fuck. Ey, man versteht dich nicht. Ah, ich hab's vergessen. Egal. Jetzt verreckt einfach. So ist halt das Kamera. Sei es wie ein normaler Soßmensch. Shit. Dass ich hättestes Essen machen können, ich bin dumm. Schon die ganze Zeit. Ähm... Neuigkeiten. So... Hä? Du kannst doch sowieso nicht mehr benutzen. Wieso kaufst du dir ein Item? Du kannst doch ein Item benutzen. Du hast schon zwei. Wieso kaufst du dir noch ein drittes, schlechteres? Was es kann? Und weil ihr jetzt alle getötet werdet? Nein, jetzt brauchst du dir auch noch das vor, deine... Davon kann ich nur. Nix. Hä? Also ich glaub, David... Wieso? Ich glaub, du kriegst einen Bonus für Pech oder so. Ne, das kriegt man... Ja, ist mir nicht egal. Ich werde zum Schluss nicht mal die Röhre verwenden, sondern einfach nur das... Äh, den Block... Hä mal, Bruder. Ist mir... Ne, ich kann nicht... Ich kann nicht aufs Pechfeld. Ich hab zwei... Ich hab zwei, äh, Kumpanen. Ja, doch. Ich hab Meite. Ah, ich hab hier einen Stern. Das bringt mir nix. Ja, ich mach einfach so. Ist mir egal. Ich hätte auch einen ganz normalen Nutzen. Oh, ich hab minus zwei. Hä, wieso künftig würfelt ich mal eine Acht? Ja, braun, minus zwei. Hat sich jetzt gelohnt. Das kann mir egal sein. Alter, ich hätte nicht so aufs Pechfeld kriegen können. Das kann mir so egal sein. Was machst du mit Soßigkeit? Mann, ich... Ich mach selbst meine eigene Dumme halt auf hier. Das tust du nicht. Alter, ich kann dir doch keinen Clown. Ich ermorde dich, Alter. Das tust du nicht. Ich klau... Was? Ich klau Daisy an. Ne, wenn du noch einen Stern bekommst, klau ich... So, du kommst nicht mehr weiter, Alter. Wieso denn? Das war's. Dieses Spiel ist zu Ende für dich. Hä? Wieso? Wieso bist du jetzt gegen mich? Was hab ich denn gemacht? Wieso bin ich wohl gegen dich, du Stück? Ja, wieso gegen mich? Was will ich denn machen? Hä? Was musst du bei dem Spiel machen? Hä? Das Spiel ist ja übel scheiße. Und eigentlich, dass du verlierst, aber mach nicht. Du musst irgendwie so hindrehen. Ja, nix, Alter. What the fuck? Guck mal, du musst dich so hindrehen, dann musst du das andere hindrehen. Ich weiß, aber du kriegst hier nix, Alter. Ach, ich mach gegen Daisy? Du machst mit, Daisy. Ja, aber es ist egal, ob du was machst oder nicht. David rafft sowieso nicht. Doch, ich hab grad so eine Hand gesagt, ne? Wir gewinnen, ohne dass wir es wollen, Alter. Ja. Hallo? Kriegst du es hin? Ja, super. Ich hab grad auch nix gesurft. Ich glaub, ich geh mit David im Spiel. Ja, Alter. Ich seh halt hier einfach nicht mal die Hälfte. So, warte so. So, 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 so. Soosig. Perfekt. Perfekt. So, so, so. Ich mach so. Nein, nein, nein. Du musst hinrehen, du musst hinrehen. Hinrehen, hinrehen. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Junge. Nein, 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 nein. Als ob David es vor uns schafft. Das ist Betrug. Betrug, 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 Betrug. Ja, ja, bitte, bitte. Ja. Das war knapp. Soosig. Ja, der Bot, der weiß halt, wie er es macht. Soosig. Und jetzt auch noch einschlagen, komm. Das ist ja knapp. Hallo. Ganz knapp. Ah. Warum schlagen ich endlich mit dir ein, Alter? Du hast gesagt, du schlägst mich. Hast jetzt gemacht. Ja, wie gesagt, ich gemacht, Alter. Jetzt gab's auch's Maul. Ja, aber bloß die Münzen. Oh. Ist alles belastend hier. Wenn ich Glück habe, könnte ich jetzt zwei. Oh, nee, die Sterne bist du wenigstens erst, Alter. Dann lass mir den Bot wenigstens nicht gewinnen. Die Rare macht das keinen Sinn. Äh, nein, es gibt ja auch noch Bonus-Sterne. Lass den Bot halt wenigstens nicht gewinnen. Es gibt ja auch noch Bonus-Sterne, dann. Ich hab das Bot-Sterne. Du hast sechs Münzen, du kannst dir den Stern nicht ohne... Nee, daran macht das Item mit dem Block. Ich hab ne Idee, Alter. Vielleicht bekomm ich da einen Stern. Ich hab ne Idee, ich hab so ne Idee. Was machst du denn? Pech... Ich weiß, wofür ich Bonus-Sterne kriegen kann. Für Pechfelder. Aber... Das ist auch so spannend. Keine... Für meist eingesetzte Items. Nein. Dafür gibt's keinen. Ich weiß, wofür es welche gibt. Dafür gibt's keinen. Oh... Sieben! Das sagt jetzt nur so. Also, weil ich weiß, gibt's keinen. Aber es kann doch sein, dass es immer unterschiedlich ist. Alter, ich glaub ihm nicht. Also, ich weiß, wofür es welche gibt. Also, Robin würdest du nicht glauben. Ich hab so viel Geld. Ich weiß, wofür es welche gibt. Und ich krieg einen. Sohn war's hier, die... Vermutlich. Ich krieg einen, weil ich Väter bin. Das... Das Ding, die jetzt hier macht... Ich glaub da wieder einen. Was? Nein. Ich bin doch eh Verletzter. Schau Daisy ein, Alter. Ja, eben dann bist du letztlich. Ja, eben dann bist du letztlich. Hä, nein. Aber sie gewinnt jetzt auch so. Ach, sie bist du nicht, Robin. Willst du mal wieder bei mir machen Party? Und sie nicht raten, wenn Stern zu klauen. Nein! Sie kriegt auch einen Bonus-Stern. Sie hat auch zwei Verbündete. Echt? Fuck. Ja, David, David, ich und Daisy kriegen alle drei einen Bonus-Stern dafür. Für Verbündete. Ich brauche Tränz, den dritten Stern. Jetzt bin ich eher am Ars. Du beißt mir eher am Ars. Aber so bin ich halt auch mehr am Ars. Der dritten und zweiten. Obwohl, kann sein, dass ich zwei Bonus-Stern... Hä? Bei der Barrio ist ja richtig okay. Nies zwei minus zwei, sechs, 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 sechs. So. Jetzt tue ich mein Item hier ein. Ich lass mich für nichts mehr blenden. Gib mir some Milk. Moment. Items? Ja, ist schon richtig. Setzst du die Goldröhre ein? Nutz Milch. Willst du mal einen Stern haben? Junge, aber die Goldröhre... Die versteckt er locker. Eben, Block für die Goldröhre ist kein... Du sagst doch nix. Für die Goldröhre ist kein Dich für ein Spicehörn. Wenn der jetzt Pech hat. Also wenn du jetzt Glück hast, glaub ich dir ein. Glaub ich dir ein. Easy. Und... Und... Nein, nein. Davon wirst du sehr enttäuscht. BAH! Aua, da bin doch noch der Stuttgart-Felliger. ix. Das ist doch noch... Ich werde das nicht vorkommen. Dich vorkommen. Aber ich hab' wirklich vor Arabia... Dich... Und jetzt... Dich... Dich jetzt einfach mal aufkommen. Dich... Dich jetzt einfach mal aufkommen können. Dich... Dich... Münzen... So... Ich gehe definitiv geradeaus. Was im Preis? So, Geld in dem Starfleet. Ja, ich hab dazu noch genug Geld dafür. Du darfst vorbei. So, wo lang die ist jetzt? Definitiv da lang. Hi. Aber klau ich dir mal noch einen Stern? Ja. Bin. Sag mal, bist du nicht noch der Letzteren noch einen Stern bekommen? Nee, ich glaub mir kein Stern mehr. Dieses Lakitu-Feld ist so ein Abfuck. Ich setze es in meinen Goldpilz ein, damit ich auch sicherlich da draufkomme. Oh, weh, ich lande auf dem Ultrapechfeld. Das wär halt dann so... Aber es wär so knoxig. Ha! Ja, ich werd jetzt sowieso brauchen, weil ich halt einen Stern klau. Nein! Ja, nicht dir! Ich glaub... Würde ich dir dann klauen, dass du 0 und ich 2 bist, würde ich nix. Warte, wenn er jetzt vor mir landet, das wär so cool. Das zwackst du nicht, Robin. Also, das wär... Nee, ich hab ja nicht genug. Doch, ich hätt... Das tut er nicht. Oh, warte, wenn ich Glück hab, wenn ich Glück hab, wenn ich Glück hab, wenn ich Glück... Nein, obwohl... So viel Fäller schaffst du nicht. Doch, ich setze... Außer du hast 10... Nein, ich hab ihn noch. Du hast ihn noch. Alter, das könntest du schaffen. Ich hab zwei... Oh, 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 oh! Nein, du kriegst den... Du kriegst... Du bist der Einzige, der den Bodenstein kriegt. Dann klau ich dir aber einen. Nein. Hier. Sag Gott. Junge, du hast drei Partner. Drei Verbündete. Hä? Das ist doch so OP. Das ist lächerlich OP. Yeah. Cool. Der Würfel ist also schade. Bruder an der Seite. Ja, Bruder sind da. Ja, dein Partner ist ja nicht. Ja, dein Partner ist ja nicht. Ja, dein Partner ist ja nicht. Ich hab nur einen Partner an der Sache. Warte, Items. Ich geh mein Bestes. Ich versuch's. Ich schweck ein Brotier. So, ich geh jetzt. So, dann setz ich das ja an. Wenn ich jetzt auf dem Pechfeld lande, wäre halt dann... Ja, shit happens, ne? Ja, da werden dich so. Und wenn ich jetzt ein 10 bekommen würde... Nein, ne 1. Ich hätt's schaffen können. Es waren nur elf Fehlder bis zum Ding. So close. So close. So, it's Daisy. So, Daisy. Der Stern, Alter. Ja, bitte Daisy. Die ist halt erst am besten. Daisy. Tu ist für die Welt. Ja, Tu ist für die Freunde. Daisy. Der ist mit. Mach Daisy. Ich mach zu fest. Junge, nein. Mach Daisy. Mach Daisy. Dude. Ja, du kriegst doch einen Bonus, Stern. Du bist doch dann vor mir. Ich hätt eigentlich einen... Nein, bist du nicht, weil ich hab mir Münzen. Tschüss, Daisy. Oh, du Arme. Ja, jetzt bin ich... Wenn ich jetzt auf dem Ultrapechfeld landet, dann... Ja. Ne? Dann find ich das richtig salty. Oh. Komm, aber ab aufs Ultrapechfeld. Hättest du wohl gern. Ja, hab ich richtig gern, Alter. Hätt ich... Hätt ich... Bro, hätt ich... Ich hätte den normalen Höfel hernehmen sollen, dann hätt ich safe geschafft. Ich hab... Ich dachte, es wäre noch mehr Felder als elf. Aber du hast Platz 2. Ach man, ich hätte so safe Erster werden können. So much salt. Warte, Spielbrettübersicht. Oh, it's trying to dark side. Hallo, Spielbrett. Werf erstmal dein Handy runter, wieso nicht? Oh, Glückswelt. Ja, Items oder Münzen zu gewinnen. Ja, sei. Der erste letzte Runde, der brauchte keine Münzen oder zu gewinnen. Hey, natürlich. Ja, okay, für Münzen gibt's der, das stimmt. Kleine Abkürzung. Ist ja egal. Ich, ich probier's mal. Entweder für sichere Münzen oder für... LOL. War das wär so geil. Wer verkauft einfach nix mehr. Oh, der kommt mir runter und muss zu sagen, er hat geschlossen, Alter. Glückswelt. Hä, ist halt so scheiße. Oh, einer der Gegner verliert fünf Münzen. Alter, Robin. Hä, ist halt... Ja, auf dem normalen hätte ich halt sechs Münzen bekommen. Yeah. Jetzt, wenn's jetzt... Oh, nein, nein, warte, 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 warte. Letzt es mir nicht beforte. Vor dem Part. Alles. Ja, nein, nicht für den Part, sondern generell. Jeder ging jeden ein kleiner Biss. Ja, doch, natürlich. Danach ist ja auch vorbei. Ja, aber da kommt ein neues Feld dann. Pfannkuchenpüranin. Hä, wie? Das ist scheiße, da musst du dir so einen nehmen. Ich muss fressen, Alter. Ja, was muss man drücken? Du musst ja einen nehmen. Also, auf, mir Pfannen. Boah, ist die Steuerung scheiße. Ah, ich kapier's. Ist doch lustig. Nein, die Steuerung ist übel scheiße. Hä, wie kann man steuern? Hä, sie haben mega scheiße. Also, du seid ihr nicht die Sterne, Dinger. Ich hab, die Steuerung ist so scheiße, dass ich ihn mir nicht nehmen kann. Du bist Blitz. Du hast einfach 15. Du musst aufs Brett drücken. So, man, Stolz. Boah, es ist lächerlich. Ja, richtig geil. Hm, lecker, 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 lecker. Also, wir haben richtig gierig gesehen, Allah. Hä? Ich hab... Junge, Junge, der Volk, ich kann es nicht steuern. Ja, das ist übel scheiße. Man kann es nicht richtig steuern. Das hat einen Backtag gerade so rüstig rum. Danke. Danke. Aber das sind jetzt drei von den Super-Dingern. Der Junge hat das Ding nur an das Master-Story nicht gesagt funktioniert. Ich hab trotzdem weniger. Ich hab drei von diesen Super-Dingern bekommen. Das ist ja richtig scheiße. Was, du hast drei von denen bekommen? Ja, ich bin trotzdem hinter dir und Daisy. Ich hab irgendwie überhaupt keinen bekommen. Ich hab einen habe ich. Ich bin nicht hinter dir und Daisy. Vielleicht bin ich gerne, Allah, das wäre richtig sick. Nein. Ja, genug, der hätte ich drei Sterne, ja. Und David kriegt einen Bonus-Stand, weil er alle drei, weil er drei Partner hat. Das heißt, er ist vor mir. Aber der ist beendet an irgendeinerer Wettkampf. Der hat nun gewonnen. Ja, nicht, weil ich hab ja immer im Nissen. So juicy. Ich bin gespannt. Also, ich hab, glaube ich, nicht gewonnen. Ich sag immer noch, Daisy. So, hier ist der erste Bonus. Den Verbündeten kriegst du nämlich nicht. Den kriegst du, David. Der Verbündeten-Bonus. Den kriegst du. Ja, du hättest drei Verbündeten, natürlich kriegst du den. Der Bonus geht an. Cooperer-Verbündeten mit Trü... Eigentlich kriegt der, der die meisten Verbündeten. Hä? Okay. Trödel-Bonus. Wie, wie, wie bekomm das ich den? Den krieg ich auch nicht, ich. Den kriegst du auch. Ach, das Klinge kriegt Daisy. So lächerlich, Alter. Wenn du ihn jetzt auch bekommst, du so betrugt. Das ist doch so lächerlich. Das ist lächerlich überhaupt nicht. Junge, wieso? Das ist doch gut, Alter. Du bist... Ich glaub, es war nicht gewonnen, aber easy. Hä? Hä? Jetzt hat Daisy gewonnen, weil es so lächerlich ist. Aber ich sag dir, Daisy gewinnt, hast du einfach angesagt. Ja, weil sie kriegt... Hast doch gar keine Sterne am Anfang. Du hattest doch nicht mal drei Sterne. Wie hast du gewonnen? Du hast ja Daisy einen geklaut, das heißt, sie hat nur noch zwei. Achso. Ja, es blicks halt nur. Und weil ich so viele Münzen hab. Junge, aber eigentlich kriegst nicht du den. Ich weiß. Hä, das Spiel ist auch so sche... Das ist so lächerlich, geil, Alter. Lass, David, David, warte, warte mal. Hä, ich bin der Einzige auf dem Glücksfeld. Ach, ist das so much juice, Alter. Auf dem Superpechfeld, wenn du... Hä, ist das so... Zu gut. Guck mal, Alter. Rot, rot. Hä, ist das so lächerlich. So much salt in here. Können wir... Ja, moin. Alter, ist das so ein Betroffener. So, ja, das war's mit dem Partner, liebe Leute. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschau. Schöööööööööööööööööönüöööööööööööööööööööööööööröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020